Serbien! Doppelschlag! Zuerst Ausschluss und dann die Führung! Riesenjubel bei den serbischen Fans! Der Torschütze Jovanovic, das erste Gegentor für ihn! Er bei dieser WM und wieder eingeleitet durch eine Flanke des stärksten Manns bisher, Kasic! Der vierte Cigic und diesmal die Kopfballvorlage und ganz allein, ungedeckt, der 14er, Jovanovic, Milan Jovanovic von Standard-Dütig, der auch gegen Salzburg gespielt hat in der Europa League. Keiner geht resolut genug hin, Arne Friedrich war in der Nähe, der Torhüter in der Nähe. Aber diesmal hat der 2,02-Riese Cigic genau das Richtige gemacht, ist an den Kopfball gekommen. Aber das Tor gehört zu einem großen Dekrasic, der eine super Flanke zur zweiten Stange gespielt hat.